Super Mario Waco! We are back, Leute! Hi, hi! Herzlich willkommen zu einer neuen 10 Mario Herausforderung mit der ich hier. Ich bin die Chefin und es ist schon Part 5. 5. Und wie immer die gleiche Geschichte, da hat sich gar nichts verändert. Ist ja auch ein bisschen enttäuschend gewesen, oder? Ja. Da, 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 da. Da komm ich halb umdurchtranne. Halb. Du glaub, oder? Ist ja egal. Hin und her auf Förderbändern. Oh! Wir haben 10 Mario zur Verfügung. Werden wir es schaffen, oder nicht? Und Schnitt! Äh! Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist echt geile Musik. Und die Koppa sind getürmt. Sie machen einen Koppa-Türm. Und da fallen Mützen raus. Ach, wie schön. Fördererbänder. Ich finde, die Grafik ist so ganz so ein bisschen anders irgendwie, ja, als früher. Wir haben 10 Punkte, oh Mann! Ist das geil! Ich glaube 10 Punkte! Ich weiß nicht, wie Mario es so gemacht hat. Victory! Okay, es geht weiter! Mit dem zweiten Part von diesem. Der wird zwar selber keinen zweiten Part. Ja, ihr wisst schon. Wo ist die Blume? Wo ist... Was sind die Blume? Wer ist die Kokosnuss? Wer ist die Kokosnuss? Oh mein Gott! Da muss sie sich hier suchen, oder? Für warum? Das schaffst du nicht, du stirbst. Achso! Ich stirb gar nicht. Ich verstehe, wie der Spaß hat. Verstehe... Oh mein Gott! Ba-ba-ba! Ist geil gemacht! Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba! Wo ist die Blume, Mann? Wo ist denn nur die Blume? Wahahahaha! Das war wieder mal Pech! Pech, Pech! Höhö! Höhö! Pech, ja! Sie ist bestimmt irgendwo da vorne. Aber was machst du? Wie kommst du da nachher? Ich weiß noch. Indem man einfach mal ausprobiert. Ausprobiert. Wir folgen ihnen. Ganz cool. Mann! Da ist sie auch irgendwo da vorne, oder? Ne, glaub ich nicht. Ich denk schon, das ist ein bisschen schwieriger. Hilf aber überhaupt ein bisschen. Wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Was? Ding Dong! Hat sie da gemacht heute. Ganz voll, da könntet sie nicht sein. Da kommt sie gar nicht hin. Wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Es ist ja ein E-Level, oder? Nee, so ist es nicht. Ich dachte, man muss, dass es doch noch mehr zur Ruhe gibt. Genau. Danke, Boys! I love you so much! I love you so much! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das heißt, drei Levels von sie. Wir brauchen sie gar nicht. Keinein. Weiß sie so? Easy. Welchen Ton könnte denn sie oder... Wo ist die Blume? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklärt? Was habe ich ja vor? Das ist meine ich... 8b Luftgalerie Remix. Remix! Remix. Oh mein Gott, ist das so... Oh mein Gott, ist das so... Oh mein Gott, ist das so... Oh mein Gott, wir müssen Panik schieben, das ist so... Oh mein Gott, ein Riesenkopf. Äh? Er war gerade irgendwie riesig. Meine Scheiße! Ciao! Ich wusste gleich, dass er einen Pilz den Flügel verleihen kann. Geil, das war das Gewachsene. Ich weiß nicht. Kann sein, ja. Ui. 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 Ich stehe mal hier, alles kaputt. Ich muss mich hier konzentrieren und du... Was ist hier mit Pilzen? Oh mein Gott, das ist ein Hütchen. Achso. Egal. Komm zu mir! Ja gut, der Flügel wächst mit Pflanzen, gut. Soll ich bitte rumdrehen? Oh mein Gott, ich hab Angst vor dem Ding. Oh je 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 je. Ich hab auch Angst. Angst um Marios klitzekleines Leben. Oh Scheiße! Einfach nachher rausstrahlen. Mario, du Arschloch! Ich muss gerade richtig wisswort haben. Egal. Ich muss mich voll konzentrieren. 8B Luftgalerie Remix. Und es ist schon die dritte Action. Ich stehe immer der gleiche Stelle! Ja man! Aber du springst nicht einfach rüber. Das geht nicht so leicht. Natürlich. Nein, das geht nicht so leicht. Du springst einfach rüber. Das geht nicht so leicht. Was ist das? Springen einfach rüber. Ja, lass mich dann Ruhe. Im ersten hast du es auch ganz easy gemacht. Ja, mein Gott, er weiß es halt nicht. Ich bin schon über die kleine Zicke. Hallo, du hast da rumgezippt und ich. Du hast keine Wommensprung, du hast doch rüber. Macher! Spass. Ich muss spüßen. Es wird nur aufhören so Spässe und dann denken, dass sich die Leute noch gestreiten, weil über allem was Spass. Echt, das ist kein Spass, oder? Das ist kein Spass! Das ist kein Spass! Dann... Tatsächlich keine Stampfattacke. Sei still! Ich will hier nicht spüren. Oh, scheiß! Scheiß Treppen! Du brauchst ihn, ne? Echt? Geh durch! Alles ruhig! Oh mein Gott, dann ist schon wieder ein Kampf. Kann man die kleine Wartze auch irgendwie auslassen? Ich bin voll nervös! Du Ruhe! Wärst du einfach und durchgegangen, hätte du den Panzer mit deinem Panzer weggehauen, ne? Ja mein Gott! Das wär doch easy gewesen! Jetzt springst du gleich dann rüber! Zack! Hihi! Jetzt sollst du mal lachen und ich soll nicht... Fress mich jetzt! Hallo? Was geht's noch? Noch ein bisschen! Wenn man so viel Fail macht, dann lacht man nicht. Mein Gott! Mach doch nichts! Es geht hier um Spaß und nicht hier irgendwie um die Skills! Wir sind hier noch Spaß beim Sprühe! Mit Skills & Fates! Inklusive! Dann zeig uns mal halt das! Sprühe! 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 Ist er besiegt? Ja! Pass auf, der Panzer! Das war ja voll geil! Ich hab's gar nicht richtig gesehen! Das war ja echt mega geil! Michi, wenn du das gesehen hast... Hat man's hier auslassen können! Jetzt komm! Und ich hab... Nein, ich hab's ja echt aufgelaufen! Da! Es gab ja kein Ding, glaub ich! Ja! Ich hab's geschafft! Weiter! Ich hab's schon fast irgendwann gedacht! Ich hab's geschafft! Jetzt haben wir ja so viele Levels! Mach nichts! Ich hab noch fünf Stück! Dann kannst du wieder sammeln! Voll bei ihrem Parcours! Cool! Ich nehm alles zurück! Haha! Ja! Ich bin Action-Man! Ich bin Action-Man! Was heißt, dass du jetzt nicht in den Griff kriegst? Gut, Knochen... Knochen trockene! Hab, wie gibt's die Halt? Leben! Ja! Ich hab' gedacht, dass das passieren wird! U-u-u-u-u-u! Yeah! Also, ich bin echt ein Pro! Das Suche ist immer die leichten Läger! Das stimmt doch gar nichts! Das war auch easy! Das war voll schwer! Ja! Dein erstes war... Das war geschenkt! Mit dem Förderband! Das war echt easy! Das haben wir schon geachtet! Easy! Muss auch ein bisschen spannen am Ende! Mit dem... 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 dem Kettenhund! Das ist... Kettenhund! Hm? Das ist der Kettenhund! Hallo? Ist hier... Yeah! Ja! 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 Ich hab' ich's gesagt! Nein!!! Nein! Nein! Warum?! Ich bin der Störbeber! Badababab darle! Tuck! Badababababab! Das ist voll cool gemacht, mich... dass... dass so die Augen... die Wolken... Ich brauch' Konzentration! Okay. B Surse... Aber das ist schon nicht! Was sollen die Kreise darstellen? Ich hab über eine Hütte... Krass, er baumelt so rum und der andere schnappt nach dir. Ich hab über eine Hütte... Das ist voll cool gemacht, find ich. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh heiliges. Ich kann auch gar nicht hinkommen. Wenn er so eine Nimmung gemacht hat, ist er jetzt da, Michi! Ja! Ja, ist gut gemacht. Genau so muss es laufen. Cooles Level, sehr gut gemacht. Du bist leider kein Willkommen, ne? Du hast auch nichts verloren so gesehen, du bist gestorben, du wirst willkommen. Achso. Und wir kommen zu Level 6. Das ist schon bereits. Wie freut ihr euch alle? Auch Trampolin, die wollen fliegen. Ich glaub schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist es schwierig. Heihaha! Und Holla! Und... Nein! Nein! Es geht so nichts! Es war zu leid! Ein Steffi-Störer! Tja, wie war das nochmal? Das ist so easy mit dem Trampolin. Wie war das nochmal? Ich hab das nicht gesagt. Du musst einfach so entlangspringen. Das ist ne Lüge und deine sind nicht geflogen. Deins ist nur auf der Stelle geschlossen, wo ich es geschafft. Was ist das? Zeitsprung! Und keine Ahnung. Ich hab euch heute beim Kochen geschnitten. Aber Schäle, den mag ich nicht. Ich mag den Schäle auch. Dieses Level... Aber Schäle, ich war ja. Also, was hat er jetzt? Level 7. Äh... Ja. Ja. 8. 3. 3. Remix. Hammer. Proto. Pros. Oh Michi! Siehst du auch? Was ist... Eine... Wie sieht los, du Eisenschädler? Bravo Michi! Bravo! Darin ist es, dass ich gut bin. Sag ich euch. Ich hab nie was anderes behauptet. Dann brauchst du dich immer so schlecht oder so... Das war alles nur... Das war alles nur... Äh... Ich muss mich konzentrieren. Keine Konzentration ist etwas... Guck wie Harburg er da noch aussah. Spickst du ihn nach links oder so dann? Kriegst du vielleicht einen? Dann kriegst du vielleicht einen. Dann kriegst du vielleicht einen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Spring doch einfach an der Seite nach oben! Spring doch einfach an der Seite nach oben. im anlauf und springen nach oben dann du sollst du einfach auf seine schweiz ich bin auch umstecken geblieben ich weiß nicht wo sie wieder hochkommt mir soll kackst du es nicht ich muss mich voll konzentrieren du schaffst das schon oh mein gott das war jetzt irgendwie ungeil jetzt noch warten es war ziemlich ziemlich ungeil da oben bleibt er voll steckt tut ihn ganz ruhig und jetzt super attack oh mein gott lauf zurück holen den helme mein gott nicht hier ich will einfach bloß durchrushen ich hätte doch mal zurücklaufen müssen ok zeig uns mal hier wie es geht ich kann nichts zeigen lauf lauf das jungs einfach ja lass mich in ruhe ich mag es nicht einfach was ich zu tun habe aber manchmal muss es sein der 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 den also zuerstürzt damit alles lass ihn doch einfach ahaha geil ja da finde er her Lauf mit der! Krass. Reiß mit der? Ne. Keine Ahnung, wie man da kommt. Man weiß es nicht. Lauf! Geil! Wir kriegen noch 8 Level, oder? Ne, 2 kriegen wir was. Achso, das oberste Zelt gar nichts. Was haben wir 2? Da hab ich einfach eins gekauft. Ah, du bist doch oben noch ein 8B gekommen. Nein, passt schon. Easy, 7 Levels. 7 Leben für ein Level. 8, 7. Remix. Feste Oktober. Wenn irgendwas erinnert, bin ich. Ach, ein Zell, ja genau. 8, 8. 8, 9. 9, 10. 9, 10. 10. 10. 11. 9, 10. Ja genau! Es bist dürüst, wie Sie sind. Das ist ja super so signalgelade! Ah, ich will da nicht mehr draus springen. Verpisst euch! Oh, er hat es fast geschafft gehabt. Er wurde womit gesprochen... Ich weiß! Ich glaube, dass ich fliehen kann. Ich glaube, dass ich mich bewegen kann. Das ist gut. Deine Verwandlung. Zu Mario selbst geiler. Was? Mario selbst geiler? Was? Zu Mario selbst habe ich gedacht. Wenn du ihn kaputt machst, hast du vielleicht die Panzer gekommst. Nee, da ist keiner. Da ist einer drin. Ich stütze euch die Flügel. Nein, ich muss da rauf. Und das Chord ist nämlich nichts. Sein. Haia! Scheiße, ich soll die Flügel kommen. Soll ich da irgendwie... Hüpft mal einfach rum. Ja. Sein hat schon ein bisschen zu gemein gewesen. Das wäre auch cool gewesen, ne? Ja. Ja, die neue Verwandlung. Neue Verwandlung. Ja, ja, zu. Gumba-Männer. Gumba-Männer. Gumba-Gumba-Männer. Schätze ich mir erst in 2.1. Willst du nicht reingucken? Oh, Fische. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also ich sag euch heute, Fische sind echt... Oh, der Spalt, ey. Das ist Bosa, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist der Chefsteher. Du du, du du du. Du 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 du. Du 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 du. Duh du 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 du. Ich muss ja gleich, was mir sein kann. Holding. Oh nein. Sie zu einträusig. Tidididididi. Es war leider sehr schlecht Von dir macht's ja nichts Alles kann man nicht HALTERLALA Nein Oh Tony Was geht hier sonst los? Oh Was, wie kannst du's noch nehmen? Äh Yoshi! Ich hoffe die Yoshi! Schöpf! Ja! Super! Victory! Victory! Geile Musik Ist das die Musik? Ja Dann, 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 dann Siehst? Das sie geht weiter Jetzt kommt noch ein schönes Bild Yoshi! Hero! Super! Super! So Leute, und damit endet Part 5 Von unserer Mario-10er-Herausforderung 10 Mario-Herausforderung Und würde ich sagen Vorsicht und folgen Nächste Mal wieder Macht's gut bis dahin und 2 2 Es ist eine langweilige 3 6 Oder 1 4 5 5 8 10 8 Untertitelung des ZDF, 2020